Ja, wirklich jetzt? Also, wo ist die Leiche? Okay, ich schicke John. Die Leiche ist im Hauptquartier. Nur ein paar Wachen. Die meisten Separatisten sind im Restaurant versammelt, wo die Anführer der Zellen aneinander Vorwürfe machen. Ena ist fort. Das sollte uns Zeit für Nachforschung geben. Wir müssen herausfinden, wer der andere Schütze war. Scheiße, sie sind hier. Hartnäckige Mistkerle. Die halbe Stadt sucht nach dem Schweinehund. Früher oder später finden wir sie. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Psst, ich habe was gehört. Gut, sie sind erledigt. Nett. Ja, wirklich jetzt? Also, wo ist die Leiche? Okay, ich schicke John. Die Leiche ist im Hauptquartier. Nur ein paar Wachen. Die meisten Separatisten sind im Restaurant versammelt, wo die Anführer der Zellen aneinander Vorwürfe machen. Ena ist fort. Das sollte uns Zeit für Nachforschung geben. Wir müssen herausfinden, wer der andere Schütze war. Scheiße, sie sind hier. Hartnäckige Mistkerle. Okay, ruhig dich. Die halbe Stadt sucht nach dem Schweinehund. Früher oder später finden die. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Gut, sie sind erledigt. Ja, wirklich jetzt? Also, wo ist die Leiche? Okay, ich schicke John. Die Leiche ist im Hauptquartier. Nur ein paar Wachen. Die meisten Separatisten sind im Restaurant versammelt, wo die Anführer der Zellen aneinander Vorwürfe machen. Ena ist fort. Das sollte uns Zeit für Nachforschung geben. Wir müssen herausfinden, wer der andere Schütze war. Scheiße, sie sind hier. Hartnäckige Mistkerle. Die halbe Stadt sucht nach dem Schweinehund. Früher oder später finden wir. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Schein! Gut, sie sind erledigt. Nicht. Ja? Wirklich jetzt? Also, wo ist die Leiche? Okay, ich schicke John. Die Leiche ist im Hauptquartier. Nur ein paar Wachen. Die meisten Separatisten sind im Restaurant versammelt, wo die Anführer der Zellen aneinander Vorwürfe machen. Ena ist fort. Das sollte uns Zeit für Nachforschung geben. Wir müssen herausfinden, wer der andere Schütze war. Scheiße! Sie sind hier. Hartnäckige Mistkerle. Okay, beruhig dich. Die halbe Stadt sucht nach dem Schweinehund. Früher oder später finden wir ihn. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Gut, sie sind erledigt. Ja? Wirklich jetzt? Also, wo ist die Leiche? Okay, ich schicke John. Die Leiche ist im Hauptquartier. Nur ein paar Wachen. Die meisten Separatisten sind im Restaurant versammelt, wo die Anführer der Zellen aneinander Vorwürfe machen. Ena ist fort. Das sollte uns Zeit für Nachforschung geben. Wir müssen herausfinden, wer der andere Schütze war. Scheiße! Sie sind hier. Hartnäckige Mistkerle. Okay, okay. Beruhig dich. Die halbe Stadt sucht nach dem Schweinehund. Früher oder später finden wir ihn. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Schreien! Gut, sie sind erledigt. Ja? Wirklich jetzt? Also, wo ist die Leiche? Okay, ich schicke John. Okay, beruhig dich. Die halbe Stadt sucht nach dem Schweinehund. Früher oder später finden wir ihn. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Seink mir eindeutig. Gut, sie sind erledigt. Nichts. Nichts. Ja? Wirklich jetzt? Also, wo ist die Leiche? Okay, ich schicke John. Die Leiche ist im Hauptquartier. Nur ein paar Wachen. Die meisten Separatisten sind im Restaurant versammelt, wo die Anführer der Zellen aneinander Vorwürfe machen. Anna ist fort. Das sollte uns Zeit für Nachforschung geben. Wir müssen herausfinden, wer der andere Schütze war. Scheiße. Sie sind hier. Hartnäckige Mistkerle. Beruhig dich. Die halbe Stadt sucht nach dem Schweinehund. Früher oder später finden wir ihn. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Gut, sie sind erledigt. Nett. Aber denkt daran, dass wir hier keinen Krieg beginnen wollen. Es dürfte... ...keine Zivilisten ins Kreuzfeuer geraten. Ich mach keine falschen Ver... ...eine Zivilisten ins Kreuzfeuer.